Ich habe mir so Mühe gegeben, dass das gerade so um dieses Riesengeschenk passt. Ja, jetzt habe ich es ausgepackt und du? Schieb es so ganz dezent darüber. Zieh mal da drüben weiter und guck mal, da ist noch so viel Papier. Das nächste Mal packen wir uns jetzt noch Fisk, also kommt hier ab. Jetzt machen wir oben, das hacken wir jetzt nicht aus. Jetzt warten wir mal. Ich sehe, wie groß das Auto ist, was ich da auf dem Glas habe. 1.40. 2.40. Ja, was hast du da jetzt gemacht? Naja, irgendwie muss das ja aufgehen, ne? Ich glaube, da brauchst du Schere, ich habe sehr viel zugeklebt.